Zurück in unserer kleinen Tankstelle. Gut Ding will Weile haben. Morgenstund hat Gold im Mund, ne? Wir stehen hier früh auf. Genau. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Hier unsere kleinen Tankstelle, wo wir übernächtigt haben. Und werden uns jetzt mit vollem Gepäck uns ein kleines Häuschen suchen. Wir haben auch schon eine Idee, wo. Wir gehen einfach dahin, wo wir vorher auch schon mal waren. in der letzten Aufnahmungssession. Scheiß Kaktus hier. Ja, wir haben vorhin Kaktus gelaufen. Ich habe nur noch 63 Leben. Ich habe 70. Oh, Kaktus. Siehst du, genau das meine ich. Ein bisschen Holz abfarmt. Wie lange ich hier mal so... Oh ja, ich schwimme Feder mit. Auch noch ein paar. Boah, 23 Federn, ey. Ich wusste das, wenn ich das nicht nehme, sind ja ganz viele drin. Ich sehe ein Wald. Oder ist das diese Todeszone? Todeszone. Ist das die Todeszone? Ja. In meinem Kopf ist das eine Zone, wo die Army versucht hat, mit Napalm... Nuklearschlag. Genau, Nuklearschlag. Ein gezielter Nuklearschlag. Es gibt auf jeden Fall, wenn du aus der Map ausläufst, dann ist es radioaktiv. Also, da sind alle tot. Ja. Toll. Oh, das ist ein brennender Zombie. Ich gehe kaputt. Schmeiß ihn ins Wasser. Schaffst du aus. Ich glaube nicht. Ich habe mich infiziert und... ...gebrannt, Marc. Ja, genau. Das ist so ein Zombie-Gesicht auf dem Arsch. Eingebrannt. Das ist so ein bisschen wie bei... Du hast nicht Zombies vs. Scouts gesehen, ne? Doch. Doch. Das ist wie der Oma-Zombie, der einfach der... ...ähm... ...das Gebiss rausfällt und dann versucht, ihn in den Hintern zu beißen und ihn am Hintern lutscht. So dumm. Aber es hat auch keiner mal nachgeguckt, weil der weiß doch in der Panik nicht, dass ihr das Gebiss da abgefallen ist. Es gibt übrigens noch eine viel schlimmere Zone als die hier. Was denn? Ja, das ist so eine richtige düstere Zone. Da ist doch so eine zerfallene Stadt. Ah, toll. Ich bin in irgendwas Heißem reingesprungen. Ich brenne alles Wasser. Ich sehe dich da rumfliegen. Du brennst immer noch. Ich brenne immer noch? Ja. Ich bin ja auch nass, sagt der mir. Aber bei mir brennst du. Ich brenne jetzt bei mir einfach die ganze Zeit. Ach, schade, bist du wieder ausgegangen. Warte mal kurz. Ich sehe dich so gerne brennen. War ich meine Ausdauer fast verbraten. Ja, ich baue mal hier ein paar Steine ab. Die fehlen mir nämlich. Oh, gibt auch gleichzeitig Eisen. Oh, ich werde gejagt. Ja, das ist ein Zombie. Oh. Oh, da! Wo bist du denn hin? So, du suchst dir das Ding. Ich konnte die Metallteile nicht mitnehmen. Ich hoffe, hier noch was ist. Kleines Vogelnest. So, wie schön. Die Sonne geht auf. Da kommt ein kleiner Zombie auf mich zu. Jetzt haben wir schon echt viel abgesahnt, ey. Ja, jetzt sollten wir auch echt mal langsam, sonst vergessen wir zu viel. Also lassen wir uns zu viel liegen. Ja. Das ist zu schade drum. Das Eisen nehme ich noch mit, was du liegen gelassen hast. Okay. Oh, okay. Hier bist du schon grün. Das ist so. Oh, Baumwolle. Baumwolle. Ein Schwein. Achso, nee. Ich habe eh keinen Platz. Habe ich noch Platz? Ich habe noch einen Platz. Ich finde bestimmt irgendwas Wertloses, was ich nur wegwerfen kann. Doch, das bist du. Weil wir brauchen eigentlich alles vom Schwein. Wir brauchen den Talg. Wir brauchen das Fleisch. Ja, okay. Mit dem Fleisch ist vielleicht ein bisschen doof rumzureisen. Hm. Egal. Komm, wir gehen jetzt erst mal zur Seite. Ja. Kannst du mal ein paar Pfeile bauen? Hier ist 16 Stück. Bau. Fuck, hier sind nur noch Zombies. Ich glaube, jetzt ist man wieder am Fluss entlang. Schön die Feder mitnehmen. Und die Eier. Kann ich die Eier eigentlich pur essen? Oh, 40% Lebensmittelvergiftung. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Na, du gehst ja auch nicht einfach so in den Wald und ist irgendwelche Eier roh. Nicht? Habe ich das immer falsch gemacht? War das als Kind so widerlich. Ich fand Eier so ekeler, weil das sah einfach für mich aus wie pure Rotze. Widerlich. Ich liebe Eier. Würdest du einfach so ein rohes Ei trinken? Nein. Das meine ich ja, das meine ich. Ich meine nicht, wenn es gebraten ist, dann sieht es nicht aus wie Rotze, aber dieses rohe Ei. Ah, du meinst roh, okay. Nee, roh, nein, natürlich nicht. Das bis heute noch wieder nicht. Oh, wer ist täglich? Jetzt können wir uns entscheiden. Wir gehen entweder... Ja, wenn wir hier sind, machen wir das leer, oder? Mit welchem Inventarplatz? Oh, du hast recht. Deswegen meinte ich ja, wir holen uns erstes Haus und danach... Ja. Klingt nach einem guten Plan. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, wo kommt der zu mir her? Ich lass mal hier den Weg entlanglaufen, dann kommen wir auch da hin. Okay, okay. Lass mich grad nicht. Erstmal eins haben mich vorbei. Uh. Uh, Baumwolle. 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 Überall ist Baumwolle. Süßigkeiten. Oh. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. So. Du weißt den Weg. Ich hätte meinen Schlafsack mitnehmen sollen, ich Idiot. Ich hätte ihn extra liegen lassen. Ach, shit, ja. Aber stimmt, hätte eher Sinn gemacht, weil hingekommen wären wir auf jeden Fall. Egal, ich brauche mir einfach einen neuen Shop. Ich habe noch genügend Fiber. Das habe ich... Habe ich noch Fiber? Ja, also. Ja, war's. Ach so, ja. Da geradeaus weiter. Ja, da müsste das jetzt gleich kommen. Darf ich mal kurz ein bisschen Ausdauerrecken? Uh. Das war ein tiefer Zug. Bisschen Zerz. Das ist ein Zombie-Reh. Verdammten Reh. Überall sehe ich jetzt Rehe. Ich habe keinen Platz mehr. Feder. Feder sind immer gut. Gibt es eigentlich auch so in meinem Hunger. Äh. Uh. Schon 30% angekratzt. Oh. Das ist eine gute Idee, mal zu gucken. Ich werde jetzt schnell eine Kiste bauen, alles reinschmeißen und direkt jagen gehen, weil sonst, äh, ist der Tag so schön. Also, das Aufräumen können wir ja nachher in Ruhe machen. Die sind auch fast da. Also ich muss zugeben, die Geräusche von den weiblichen Charakteren sind um einiges nerviger. Machen die überhaupt hier geräuschelt? Doch, ja. Oh, 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 oh. Ja, bei der Frau klingt das immer so, als würde die da einen abstöhn. Okay, wir müssen erst die Zombies erledigen, ne? Äh, ich bin noch versteckt. Da vorne ist einer. Oh, ne, Krankenschwester. Ich mag Krankenschwester. Mal guter Schuss. Bist du da? Ach, die ist noch gar nicht tot. Das hörst du an. Nein, hau mich nicht. Tu mir nix. Sollst du euch aufhören zu kriechen? Ja. Hab sie. Und Blutbeute. Ich ess sie jetzt einfach. Ein Blutbeutel? Eklig. Was? Gibt nur Vorteile. Blutbeutel? Ja. Blut. Ja. Ist eklig. Von einer untoten Krankenschwesterin. Was kann schon schief gehen? Echt? Die wissen. Hab ich gerade Krankenschwesterin gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht. Eine untote Krankenschwesterin. Ich will die rechte Seite wieder haben. Ich will die linke Seite. Ich will direkt am Lagerfeuer. Ne, ich war nicht ganz am Lagerfeuer. Daneben soll ja meine Kiste. Oh, du. Das ist das ganze Stoff liegen, weil... Du keinen Platz hast. Du hast schon die ganze Zeit gedacht, warum kriege ich nix mehr? Ach, deswegen lagen vorhin auch Steine auf dem Boden. Du hast jetzt keinen Platz, um die Steine einzusammeln. Deswegen hast du keine bekommen. Ach, das... Das hat jetzt gerade echt lang gedauert. So... Duh... Was... Ja, jetzt macht das ganze auch Sinn. Also ich kann mir jetzt direkt Platz machen, weil... Jetzt kann ich was ganz schönes machen. Guck mal. Ne Kiste. Das klingt sehr schön, wie du die schnitzt. Der Leib. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin gemäht und eingegangen. Ach so. Wo ist diese scheiß Kiste? Da, Holzkiste. Fertigen. Los, Blotion hier. So, jetzt kommt erstmal da die Kiste hin. Ach, scheiße, ich muss erst Holz bauen. Weil ich habe gerade ein bisschen Holz verschwinden, indem ich das Loch im Boden gestopft habe. So. So, Pfeile behalte ich. Holz behalte ich mit Inventar. Das kann ich jetzt mal weg. Federn behalte ich auch mit Inventar. Kohlbrocken weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich habe Schraubenschlüsse gefunden. Ist toll, um mechanische Geräte wie Autos, Klimaanlagen und so weiter auseinanderzunehmen. Kann auch dazu bedünzt werden, Mauern zu reparieren und aufzuwerten. Oh, okay. Klingt eigentlich ganz cool. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Die Kiste. Mein Charakter hat ja wohl die bessere Kiste. Okay, aber ich gehe jetzt erstmal nicht jagen. Wir brauchen Fleisch. Da vorne ist ein Reh. Stirbreeh. Oh, da liegt was Süßes. Jetzt muss ich wieder an diesen Mana-Süchtigen von WoW denken. Das stimmt. Ich habe Disziplin. Oh, warte, liegt Mana-Kristall. Bleib stehen, Reh. Ich will doch nur dein köstliches Fleisch. Das haut ab. Alter, wo ist das hin? Ich bin ein guter Jäger. Versteckt. Ich pürsche mich ran. Headshot. Oh, ein Headshot killt sofort. Schadensbonus schleichen mal zwei. Gut zu wissen. Wir müssen gucken, dass wir uns relativ schnell eine Forge bauen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Tierhaut. Dann brauchen wir, glaube ich, Steine 50. Clay 50. Und ein Blasebalk. Und ein kurzes Rohr. Blasebalk habe ich. Ich habe ja Tim. Ein kurzes Rohr habe ich auch. Ich habe ja auch Tim. Schneid das einfach raus und sag einfach, ich habe ein kurzes Rohr und danach mache ich die Audiospur kurz auf Newton. Ich gehe auf die Pirsch. Ey, hier ist ein Haus. Wo? Direkt am Wasser. Ich will auch da hin. Hier ist so ein riesiger See. Das Haus am See. Ja. Ich habe das Haus am See entdeckt. Ist auch Johnny Depp. War das mit Johnny Depp? Johnny Depp. Das ist doch ein Film. Haus am See. Ja, an Peter Fox gedacht. Ach so. Ja, das hatte ich auch als erst gedacht. Dann hörte sich... Ja, Haus am See ist aber auch ein Film. Das kommt so. Und immer schön die Leichen von den Zombies entfernen. Sonst haben wir nachher Zombies vor der Bude. So, Müll durchsuchen. Nimm alles mit. Ich schätze mal ganz doof, dass da... Ja, ich sehe auf jeden Fall einen Zombie. Äh. Ich muss so kurz reparen. Ach, scheiße. Ich habe keine Steine. Da liegt ein Stein. Die mal reparieren. Ach, cool. Das weiß ich, was du meinst. Siehst du es? Hm. Ich würde es gerne auseinandernehmen. Also, reingucken. Ah, da bist du hier. Du hast meinen Bogen. Du hast meinen Bogen. Okay. Alte Technik. Pfeilen und dann umknüppeln. Klingt gut. Na und daneben. Knüppeln! Knüppeln auf! Zu viel geknüppelt. Bei mir liegt sie da noch. Umknüppeln. Oh, pass auf, da kommen zwei. Ja, ich habe den Kopf weggeknüppelt. Achtung. Ich habe den Kopf von ihr weggeknüppelt. Ach, komm. Warum schieße ich denn so scheiße? Knüppeln! Ich schieße auf die einen. Ich schieße auf den nächsten. Sie haben so ein Dickerchen. Ah, ey. Hä? Wieso schieße ich? Hä? Ich habe doch voll auf den Kopf gezielt von dem. Jetzt schieße ich auf die Brust und trifft den Kopf. Knüppeln. Schnell. Ja, da ist die gute Kuh. Gut, dass ich mir ein paar Ersatzpfeile gemacht habe. Ah, ich brauche nur noch drei. Ah! Komm schon. Komm schon, kipp doch um! Ja, das ist schon. Okay, der ist tot. Der hier auch. Okay. Ich weiß irgendwas drinne. Einer ist noch hinter mir her. Es läuft hinter mir her. Oh, ne Taktik. Braucht noch keiner. Da kommt noch einer. Fuck, 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 fuck. Komm, 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 nicht weg. Uff, ich hab mal geküppelt. Alter, da kommen noch welche. Der tot? Ja, die machen wir. Zwei Stück schaffen wir. Ah, das ist wie so ein Dickerchen, ne? Ja, voll vorbei hier. Warte mal kurz. Ich baue mal kurz ein paar Pfeile. Ja, gut. Vier Stück kann ich bauen. Geil. Ah, okay. Der hier ist tot. Uh, ich hab ein Level ab. Ich auch. Nee, der tut's nicht. Ich hab da trotzdem. Sicherheitshalber zwei Mal draufgehauen. So, schnell noch in die Zombies reinschauen. Na, nix. Ich weiß, warum die allein kamen. Ich hab das Fleisch dabei. So. Toll. Danke, Merkel. Ich hab das Fleisch für uns gefahren. Ich werde gespürt. Tim spürt. Ich werde gejagt. Nach hinter uns. Ach, da. Ja, tot Sache. Long Distance File Boots. Verwes der Mutter. Oh, der hat aber schön was zu essen dabei. Vergammeltes Sandwich. Aber das hier auch ein cooler Ort wäre. Guck mal, da ist sogar das Haus im See. Krass. Was irgendwie noch cooler wäre, aber ne. Ich stell mir das nicht sicher vor hier. Also, im Wasser schon eher. Aber hier. Ich guck mal nach. Wir sind noch versteckt. Okay. Wie sieht's hier mit Essen aus, bei uns? 32 Prozent. Wasser 25. Okay. Oh, ich muss es trinken. Oh, ich hab noch elf Glaskrüge dabei. Ich mach die mal alle voll. Katsching. Elfmal Wasser. Also, noch vergammeltes Wasser. Warum kann man diesen scheiß Holzkleppel nicht reparieren? Da muss ich mir neuen machen. Alles kann ich reparieren. Nur die Holzkleppel nicht. Okay. Komm schon. Was steht hier noch auf der Tagesordnung? Äh, noch ein bisschen jagen, weil es dunkel ist. Einer muss auf jeden Fall irgendwie mal wegen Holz schauen. Also definitiv Holz und Fleisch. Okay. Und genau das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden uns nämlich jetzt hier verabschieden. Mit einem schönen Blick auf diesem See. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ist ein Zombie? Nein. Ciao. Ciao. Start zurück.